Hi Gaga! Hi Lara, alles gut? Ja, was machst du hier? Ja, ich suche ein romantisches Buch. Und warum ein romantisches Buch? Weil ich romantischer sein musste mit meinem Freund. Aha, ich kann dir sagen, was du tun musst. Ich danke dir sehr. Ach komm schon, wir sind Freunde. Dann lass uns ins Kaffee gehen. Ja, eine gute Idee, dann sprechen wir.